Echte italienische Lebensart im Kreis Aschaffenburg? Si! Die Brüder Igino, Fulvio und Vittorio di Benedetto verwöhnen in ihrem Restaurante Roma mit liebevoll zubereiteten Spezialitäten aus der mittelitalienischen Region Abruzzen. Hier werden sie ganz herzlich mit deliziöser, leichter und beschwingter Küche empfangen. Ob selbstgemachte Tortelloni oder Saltimbocca alla Romana, Pizza Abruzese oder Carpaccio di Manzo. Hier schmeckt es wie in den besten Häusern Italiens. Besonderer Beliebtheit erfreuen sich auch die frischen Fischspezialitäten. Herrlich zarte Steaks von den Herden Südamerikas, Hummer, Kalbsleber und nicht zuletzt das Kaninchen alla Mama runden das wunderbare Speisenangebot ab. Einen Espresso oder Cappuccino zu bestellen ist immer eine Freude. Besonders wenn Igino den Zucker von einem Meter Entfernung in die Tasse schießt und direkt ins Schwarze trifft. Restaurante Roma – auch als Eventlocation bestens geeignet.